Wir haben uns total verschlafen. Hallo Chloe! Hallo Chloe! Komm her! Bubilein! Oh! Henry! Hallo Henry! Henry, bleib da, komm! Sehr gut! Entschuldigung, aber ich muss wieder einmal filmen. Also, das war einmalig, das Essen. Das war unglaublich, das Essen. Boah! Ach so, kurz, was haben wir gegessen? Ein Rindfleisch? Also, ein Rindbrot. Ja. Henry! Bubilein! Henry, Bubilein! Ja! Die Chloe auch, sitz Chloe! Sitz Chloe! Ja, fein! Sehr fein! Super! Mein Handy, da vorne habe ich noch ein bisschen zu sagen. Ach so, ich stehe es hier.